Jo Leute, heute gibt es ausnahmsweise mal Solo-Queue auf meinem Main-Account. Ich habe zwei Grandmaster im Team. Geil! Das heißt, wir gönnen uns jetzt eben einmal die freie Elo hier. Ich glaube, ich will die cheesen, though. Ich glaube tatsächlich, ich will die cheesen. Ich weiß noch nicht, wo Olaf anfängt. Kalista Top soll wirklich populär sein. Mit Hell of Blades, ich sehe es zum ersten Mal. Müssen wir mal nachschauen, was wir hier machen. Oh, das war smart vom Olaf, dass er runter geht. Wäre er nach rechts gefasht, wäre ich ihm noch hinterher gechased. Müssen wir mal nachschauen, ähm... Jetzt bin ich tot. I don't know. Ich will eigentlich unten herum spielen. Ich dachte, das ist Kalista Bot. Aber ich... Soweit ich weiß... Leute, ich kann mich jetzt hierbei irren, ja? Ich habe mir vor ein paar Tagen sogar actually die Stats angesehen. Ähm... Ich hätte die Potion gar nicht nehmen brauchen, lol. Hier, Olaf hat unten angefangen. Ich glaube, den hätte ich mir sparen können. So, den können wir schon mal nehmen. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich schneller bin als Olaf. Ja, er wurde gerade komplett nass gemacht. Olaf ist auch hier. Das Timing, doch. Das Timing, doch. Okay, Power-Found. Oder Power-Found sich einer... Das ist okay. Das kann er ja liebend gerne machen. Hallo? Keine? Scheiße. Ich bin RIP. Ich bin RIP. Fuck! Oh, ich habe zu früh gesmited. Mist! Ähm... Hm... Ich will mich jetzt zu-crappen. Er hat da bereits schon gepower-farmt. Also, er ist jetzt wirklich ein ganzes Level über mir. Denn er hat einmal seinen ganzen Jungle gemacht. Ähm, und er... Oh, Power-Found mich gerade. Okay. Oh, okay, immerhin. So, ich glaube, ich mache auch erstmal... Ähm... Nichts anderes als etwas zu farmen. Wisst ihr was, Leute? Ne, die Friesen das. Ja, ich gehe eine Runde Power-Farmen. Und dann gehe ich irgendwie oben ganken oder sowas. Man, der Tod gegen Olaf... Ah, Mann. Der fackt mich gerade echt ein bisschen ab. Also, nicht der Olaf, sondern dass ich da gestorben bin. Gehe ich dir halt jetzt hoch, though. Ne, 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 ne. Also, ich würde im Normalfall jetzt direkt in beide Camps skippen und direkt hochlaufen. Ähm, aber ich würde dann zu viel verlieren. Also, wenn ich dann hochgebe und dann halt keinen erfolgreichen Ganken kriege, ne? Okay. Okay. Ne, den fasse ich nicht an. Den fasse ich nicht an. Ich glaube, ich werde das Cannon wenigstens bekommen. Haha, versteht ihr, Leute? Das Cannon bekommen. Okay, dann gehen wir hier weg. Okay. Ich glaube, Crux, genau, Crux sind jetzt auch direkt wieder da. Ja, das ist fein für uns. Six room. Nein, mal. Bot Flashes. Ich weiß, dass Jinkern Flasher hat. Das haben sie ja zum Glück gepinkt. Okay, die gehen weg. Mal sehen, mein Yasuo ist fein soweit noch. Deren Botline ist smart, dass sie jetzt schon weggegangen sind. Ja, nehmt, lasse Pink. Was ist denn was, Leute? Hallo, okay. Ich wollte gerade sagen, ich skippe einfach mal alles. Und move dann auch wieder hoch. Ey, yo, Bruder. Ich kenne mich jetzt nicht unbedingt mit diesem Kalista Powerpick aus. Was ist denn da wo auch drin? Lass mal hier eben mit für die Platten mitgehen. Okay, ohne Versummen, ohne Versummen, ohne Versummen. Also, Leute, I shit you not. Kalista Top wird wirklich gespielt. Aber ich sehe es meistens eher in Tank Matchups rein. Es wird von Pro-Playern gespielt. Nice. 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 Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, er ist tot. Er ist nicht tot. Ding. Er muss doch zu mir kiten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Vielleicht hätten wir da wehen sollen. Sie sind unten tot. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Ja. Okay, okay. Sie haben einfach eingetrailt. Das ist fine. Das ist fine. Oh, nice. Boah, ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu spät ist für ein Tiamat, aber whatever. Ich habe da oben auch reingehnt. Ich hätte eine W machen sollen, anstatt zu versuchen, sie zu snaren, weil Yasuo eh reingekommen ist. Das war ja ihre einzige Chance, dort überhaupt irgendwas zu machen. Wäre es halt gewesen, mich umzubringen. Okay, ich bin nicht mehr so behind auf den Olaf. Da geht die Weg. Okay. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es sich für mich so lohnt, in den Cannon zu investieren. Ich meine, wir kriegen gut was raus, ne? So ist es nicht. Aber manchmal denke ich mir, cool, so top kann man abusen. Dann denke ich mir manchmal so, okay, Cannon intet, dann intet ich. Und, I don't know, wir hinten da irgendwie alle rein. Null. Okay, wir kriegen First Bar Tower. Ja, wir kriegen, die geht ja noch einen Drachen ab, das ist okay. Also, wenn ihr mich fragt, der einzelne Drache hat nicht einen so hohen Wert. Sondern es ist nur die Soul, so wie ich... Wir haben jetzt gerade einen Haufen Gold quasi angesammelt. Wir kennen jetzt die nächste Partie, falls carried, war das halt komplett worth it. Wenn nicht, dann sind wir am Arsch. Ich meine, auf Grom, dann gehe ich weg. Holen wir es nochmal wegen uns, unser Lidl ab. Was ist der Ripp? Oh, Olaf. Oh, Cannon. Oh, lol. Oh, lol. Ich kann einen Hurt hier auch direkt ziehen. Jetzt, oh genau, Olaf ist doch hier. Oh, da ist das Problem, Leute. Olaf ist da. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher... Ich hätte auch noch klein wenig Damage. Hätte ich ihn machen können. Wobei, ich glaube, wenn Morgana nicht da gewesen wäre, wäre ich komplett dafür committed. Okay, ich habe das Blatt fertig. Die fasse ich aber auch nicht mehr an. Solange Cannon am Dragon Carat, wie gesagt, Leute, dann ist es worth it. Wenn nicht, dann sind wir im Arsch. Nein, die Trap. Ich bin fine, ich bin fine. Wow, Leute, wenn die Trap nicht da gewesen wäre, hätte ich genug Move and Speak gehabt, um da noch ranzukommen. Oh, shit. Oh, shit. Dass die noch Heal hatten. Okay. Das ist okay. Warte mal, die haben gar keinen Heal. Hä, was hat die denn? Wo geheilt? Okay. 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 Okay, jetzt ist, jetzt ist es nicht okay. Bis eben hin war es noch okay. Okay, ich muss ein bisschen warten, bevor ich bei sowas reingehe. Ich glaube, oh, wie lasse ich denn Primären Gage sein? Cannon hat er, oh, scheiß, Cannon hat kein Ulti. Cannon hat keine Ulti. Das ist huge. Okay. Okay. Fuck man, wir müssen viel früher alle hier sein. Pass mal mit auf. Falten die? Oh, scheiße, die Falten. Man hat keine Flash. Okay, warte, okay, warte, wir haben immer noch keinen ins Flash Ready, wir haben immer noch keinen ins Flash Ready. Ah, fuck, wir kriegen die Harrod aber nicht rechtzeitig. Der wird ja jetzt despawnen. Äh, lol. Okay, nice, good job, good job, good job, good job. Okay, es hat uns auch nichts einen Flash gekostet, das ist das Wichtigste. Oh, nice, wir recoveren gerade. Oder innen wir? Kommt der, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der. Okay, kommt nicht, schade. So, das, das, das. Okay. Oh, hier hat auch kein Auerglas. Mal nashen die. Ne, okay. Ich bin da gerade voll eingekackt, dass die nashen. Oh, du siehst da oben aber lecker aus. Du siehst da oben aber mal lecker aus. Ja, moin. Ich hab die Pinke mit Absicht reingestellt. Ich wusste, dass sie hier drin eine Vision hatten, ich musste aber noch schnell irgendwas angreifen. Ähm, sodass ich in der Lage mit Triple Q zu machen. Zum Glück war es dann halt eine Pinke, oder was heißt zum Glück, aber ich glaube ihr wisst, was ich meine. Geil, jetzt ist das halt Turbo-Tanky. Aber ich finde sie das echt lange überleben. Ups, ich hatte bereits volle Fero. Oh. 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 Okay, lass schon mal in die Base gehen. Nochmal extra einen Pot kaufen. Wenn wir diesen Drachen nicht kriegen, haben wir verloren. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde enten. Okay. Nein Oh mein Gott Scheiße Ich hätte W drücken sollen Warte Oh ich wollte schon was sagen Was hier hätte jemanden tot bekommen Oreno R Oreno F Fuck Jetzt wurde gehealt Leute Jetzt wurde wirklich gehealt Ich bin froh Olaf da Deswegen können sie den schon anfangen Ja Uri ist doch gerade botlen Uri ist doch gerade botlen So ich Ich laufe 13 Sekunden vor dem Olaf los Ja und Uri ist bot perfekt Okay Die sollten nichts riskieren Deswegen lieber ne Einfach warten bis ich da bin Nicht dass random Morgana weh macht oder so Die Scheiße weg ist Wisst ihr Uri war irgendwo botzert Ich sollte diese Fights Ein kleines Ticken langsamer spielen In der Ruhe liegt die Kraft Hab ich gehört Es hat sich immer wenn Wenn Bootcamp ist Leute Die Ranks die ich mache Während Bootcamp ist Sind immer die ersten Games Am Tag die ich mache Ja Sie ist remember Nicht Ich nehmeide Ich nehme Also ich meine Ich spiel okay Ich spiel okay Aber okay ist halt auch nur Naja okay Ich hasse mein Leben Ich hasse mein fucking Leben Ich meine cool Wir kriegen halt Sachen raus Das ist natürlich Auch sexy Aber ich würde die schon gerne Wisst ihr Ich würde ihn gerne Meinen Schwanz ins Gesicht reiben Okay ich kann grad eh nichts machen Ich hab keine Ulti Wir haben Flashes raus Ja ist natürlich auch cool Keep the pressure up Äh Bruder 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 Oh ich bin so bad Oh ich bin so bad Leute ich bin eigentlich so dicke ne Ich bin eigentlich so fucking dicke Aber ich bin so bad Ja die sollte weggehen Also ist eh tot Und den hier Ich weiß halt nicht warum gerade alle gestorben sind Aber ey ich sollte mich nicht beschweren Leute ich sollte mich nicht beschweren I don't know Die einzige Möglichkeit das hier ausgleichen wäre es Ein Pick zu machen Olof kein Ulti Olof kein Ulti Olof kein Ulti Olof kein Ulti Und da ist er Leute Der Pick zurück Ken hat auch noch Flash Freddy Aber sie ist einfach fucking 3,15 ne Wir kennen nur die ist einfach zu wichtig für uns Ich hätte Uri runterlaufen müssen Sie ist Auch wenn sie 1,15 ist Sie ist super strong Warum gehen wir Bot Boah ist da noch ein Tower Ich will noch ein Minion haben Ja ich mach eben Krabbe Level 16 Ich sag's euch Leute Wir werden Wegen dem Cannon verlieren Der wird DC haben Leute Ich seh's doch kommen Ich seh's doch schon Mal beim C-Streeper Alles verbindet Ich kann Ding ist doch sehen Ob was ready ist oder nicht Alter die hat 71 Amor Krass Ich hab grad mal 6 mehr als sie Olof wir fangen die an Ich weiß nicht Ob ich unbedingt Olaf aufzweiten kann Kinder Nice Ich durfte einmal richtig one shotten Geil Leute ich hab das ganze Game Auf diesen Moment gewartet Wo ich mal in aller Ruhe In die Backline springen kann Wo keiner Flash hat Wo keiner Exhaust hat Wo keiner ein Heal hat Das war lecker Leute Das war lecker Das war lecker Das war mein McDonald's Moment Aber ja Leute Seid nicht so scheiße wie ich Schaut euch dieses Video an Nur um zu sehen Dass ihr nicht so scheiße sein sollt wie ich Ich bin dann aber auch erstmal weg Leute Tschö tschö Hau dir rein Und bis zum nächsten Mal Ich bin dann Ich habe die Schraube Die